Musik Grüß Gott, ich bin Andreas Bergmann, Fachkundenberater für unsere Kunden aus der Luft- und Raumfahrtindustrie. Ich möchte Ihnen heute gerne unseren Leistungsbereich Landeklappengetriebe vorstellen. Denn hier gilt Höchstleistung mit Lugkorn. Das Landeklappengetriebe ist eines der wichtigsten Systeme im Landeprozess von großen Flugzeugen. Es steuert das Aus- und Einfahren der Landeklappen, im Fachjargon Hochauftriebssysteme genannt, ohne die das Flugzeug nicht sicher starten und landen könnte. Unsere Aufgabe ist es, Reibung und Verschleiß im Getriebe zu unterbinden und die Funktion sicherzustellen. Egal ob bei minus 56 Grad in 10.000 Meter Höhe über dem Nordpol oder bei plus 80 Grad Tragflächentemperatur in der Wüste von Dubai. Diese Lösung hier haben wir für die Firma Liebherr Aerospace entwickelt. Liebherr baut die Landeklappengetriebe für die Airbus-Serie. Wir arbeiten hier immer im hoch sicherheitsrelevanten Bereich, also dem Arbeitsfeld mit höchsten Ansprüchen an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität. Denn wenn es mal hängt, kann man hier nicht schnell mal rechts ranfahren und anhalten, um zu schauen, was los ist. Hier geht es also um alles oder nichts. Gerade in der zivilen Luftfahrt mit großen Maschinen und vielen Passagieren bedeutet das eine sehr große Verantwortung für unsere Entwickler und Ingenieure. Das bedeutet natürlich eine Menge an bürokratischen Herausforderungen, Prüfungen und Zulassungen. Der Schmierstoff muss mindestens vier Jahre arbeiten und dabei seine schmierenden und schützenden Funktionen konstant aufrechterhalten. Wir haben ein Semifluid entwickelt mit einer Konsistenz zwischen Fett und Öl. Sein tixotopes Verhalten verändert den Zustand unter Bewegung. Im Ruhezustand tickt es nach und im Vergleich zu anderen Ölen, zum Beispiel Getriebeölen, bleibt es an den Zahnflanken haften und läuft nicht nach unten in den Sammelbereich. Jede nachproduzierte Charge muss identisch sein mit der ersten zertifizierten Lösung. Übrigens, unsere Lösungen finden auch in der Raumfahrtanwendung. Die Satellitentechnik stellt höchste Ansprüche, insbesondere an die Lebensdauer des Schmierstoffes. Das kann nicht jeder. Oft sind wir schon während der Entwicklungsphase der Systeme bei unserem Kunden vor Ort beratend dabei. Wir können das. Gerne komme ich auch zu Ihnen. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020